Ich zeige euch all unsere Must-Haves, die sich beim ersten Baby bewährt haben und wir beim zweiten wieder nutzen wollen. Dafür habe ich erstmal den Dachboden meiner Schwiegermama durchforstet und all die Sachen meiner ersten Tochter sortiert. Wir wollen auch beim zweiten davon ganz viel wieder nutzen. Und das sind sie, unsere Must-Haves. Auf Platz 1 ungeschlagen ist definitiv eine Trage. Das kann ein Tragetuch sein oder so ein ganz sanftes Tragesystem. Etwas, wo ihr euer Baby rauflegen könnt, das kann auch eine ganz einfache dickere Decke sein oder so ein Nest. Dann ganz klar ein paar Sachen zum Anziehen. Unsere erste Tochter hat in diesen Overalls gelebt und die sind super praktisch, weil man sie auch von unten aufziehen kann. Und wir liebten diese Kimono-Bodies, weil man da nichts über Kopf ziehen musste. Dann ein Schlafsack, damit euer Baby es schön warm hat. Windeln, das kann Stoffwindeln sein oder Einwegwindeln. Für unterwegs Feuchttücher und für zu Hause ganz sanfte kleine Läppchen. Tücher, die habe ich wirklich für alles genutzt. Zum Zudecken, zum Milchabwischen oder für die Spucke. Und sollt euer Baby mal trockene Haut haben, dann irgendein körperfreundliches Öl.